Hallo zusammen, ich bin Géraldine, ich bin Anlage- und Apparatenbauerin und zeige heute meinen Beruf. Meine Aufträge bekomme ich aus der Konstruktion. Auf den Zeichnungen sehe ich genau, was ich machen muss. Werkstücke zusammenschweissen und etwas Neues daraus kreieren, das mache ich mega gern. An der CNC-Maschine verleiht man dem Metall eine neue Form. Aus kleinen Komponenten machen wir grosse Maschinen und Anlagen, die in der ganzen Welt gebraucht werden. Hast du Freude an Technik, schaffst gerne mit den Händen und bist gerne im Team, dann ist der Beruf, Anlage- und Apparatenbauer genau das Richtige für dich.